Hallo und willkommen zurück zu meinem Super Mario World Let's Play und wir wollen letztes Mal hier stehen geblieben ihr seht ich habe mich wieder groß gemacht und genau diese Welt habe ich erwartet fressen wir erstmal diesen hier Wegloch aber die Kerzen äh die Kerzen sag ich schon äh die Flammen die gab es ja auch noch hatten wir die eigentlich jemand zuvor gesehen solche Flammen ich kann mich grad gar nicht mehr dran erinnern hm wer weiß wer weiß dumm dumm da da dumm dumm und da rennt mir der Yoshi weg Nein 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 nicht schon wieder weg Nein ich hab's geahnt gut okay bevor es hier so peinlich weiter geht obwohl ne einen Versuch versuche ich nochmal so zu machen und wenn ich den Fehler mach ich erst mal Kurs Nein ich bin jetzt nur noch so ich bin nur noch so ich muss mich nur vor Kugel der hier in acht nehmen und ich glaube den muss ich mitnehmen jetzt wo ich so klein bin nein ich hab's was geahnt kann ich auf nichts verlassen ach ich dachte man kann sich auf nichts verlassen schuldige wegen des Schreis gerade eben aber wir sehen uns gleich wieder so und da sind wir wieder ach Mensch der Part da fängt ja richtig gut an nochmal sorry wegen des aufschreckens von ihm gerade ich wollte nicht so laut werden vor Schreck auf dass es diesmal besser wird also die Welt die ist wirklich böse also die ist wirklich sehr böse gewesen und ohne Fehler erst recht also hier ist der Fehler eigentlich fast unvermeidlich oh Gott sei Dank das hätte ich nämlich jetzt nochmal los eiern müssen und mir hier so eine Feder holen so eine Sprungfeder blup Hirschi fressen fress 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 naja der ist immer noch weg das ist gut das ist schön dieser nervische Sack mit seinen Hämmern auch hier da vibriert nein es hat mir gerade alles sowas von egal und verdammt da klingelt das Telefon bis gleich und da bin ich wieder ja das war grad mein Vater gewesen keine Ahnung genau was er wollte ist aber auch egal wir spielen weiter bloß nicht irritieren lassen und nein hier würde ich nicht hin nein und hepp und hopp und fressen 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 naja es ruckelt weil zu viel hier los ist aah wollte schon sagen wir haben es gleich geschafft aber schon war frei fürs Ziel also hier ist die Feder wirklich ein Traum in der Welt also ohne Feder und ohne Hirschi das sieht man ja wirklich schlecht aus also auf Hirschi kann man vielleicht noch grad so verzichten aber auf die Feder nein beim besten Willen nicht so auf in die letzte Runde in die letzte Runde und dann kommt das Special Ereignis was es nur hier gibt auf diesem Spiel aber auf keinen ähm äh äh habt ihr das gesehen hei das ist mir doch auch passiert oh ich könnte mich sogar fressen da hat es gerade so ein da-ding gegeben aber den würde ich trotzdem gerne fressen mitnehmen da-ding keine Ahnung was das bewirkt na da blieb ja roch dich na 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 ach so da-ding und ja dann sehen wir das was es nur in diesem Spiel hier gibt in kein Game Boy Advance Spiel nein geht erstmal jetzt mal außen vor die Früchte ich möchte bitte nur grüne Früchte haben ach Leben gibt es dafür interessant ach ja genau und die grünen Früchte gibt es nur hier in dieser Welt in diesem einen Level und da pressen wir gleich noch ein äh hier gibt es nichts und hier hier gibt es auch nichts also ich finde dieses Special was sie beim Advance Spiel weggelassen haben eigentlich klasse und ich finde es wirklich schade dass sie es da weggelassen haben das ist eine schöne Abwechslung also eine nette Idee die sich die Hersteller haben einfallen lassen wow 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 das war jetzt aber knapp gewesen na gut auf Yoshi kann ich notfalls verzichten na lup den wurden wir auch weg auf das viel springen wir auch drauf nein 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 oh verflucht wir probieren es nochmal ob mit oder ohne Yoshi aber man muss ja auch ein zweites Mal probieren es muss ja auch ohne gehen weitgehend ohne gehen verflucht wir probieren es gleich nochmal ich freue mich schon auf das Special er werde erstaunt sein was es da zu sehen gibt für all jene die es noch nicht kennen dieses Special Ereignis oh aber hier nein geht das schon wieder so los doch mal ich hab den Ehrgeiz wenn ich nur immer bei anderen Sachen so ehrgeizig wäre ja ja die Spieler die da muss man schon einen gewissen Ehrgeiz mitbringen nein daneben komm schon treff äh das ist nicht eure Angst soll ich denn da hochkommen? so auf jeden Fall nicht ein P-Block wäre nicht schlecht gleich nochmal weil es zu schön war blup ganz ruhig blup ganz vorsichtig hm 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 willst du nicht mehr starten? ne willst du nicht und ist er noch da? ja er ist da er wartet auf mich aber ich kann nicht kommen nein ich wollte was ausprobieren na gut lassen wir den Quatsch ich mach mich erstmal groß wir sehen uns gleich wieder tschüss und wieder zurück und wir stotzen uns erneut in diese eine Welt und nein die Grundfrüchte sind uns dieses Mal egal relativ egal und ausspucken und wegspielen und fliegen nur fliegen ist schöner nein geht aber weit nach oben ob es da oben noch irgendwas spezielleres gibt und wo flucht kann wohl nicht was sein jetzt hab ich die Nosen wegräumt ich passe es nicht Paktion Quatsch oh ho 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 ne he 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 Weg da 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 weg du schon wieder ich moe dich nicht hör dich auch nicht oh könnt mich mal kultweiler da kommt da trotz ganz viel wir kommen sogar noch mehr von diesen Video äh und wir fliegen und wir fliegen und wir flittern und wir machen den Futbol-Chuck kaputt Und er hat schon gepfiffen, der Sack. Ah, der kann man... Und nochmal weit hoch. Oh, oh, er schluckt, er schluckt, er schluckt. Nein! Kaputthauen! Äh, wegen dem Leben habe ich das jetzt gemacht, voller. Vorsichtig, wenn ich mit Trennen anfange, hebt er mich auch gleichzeitig den Gegenstand hier auf. Wuhuhuhu. Jawohl, und da ist es! You are a super player! Mit damit ein Ausrufezeichen. Ich bin ein super Spieler! Juhu! Ja, schweiß, ich kann mir jetzt immer auf die Schulter klopfen. Nein, Eigenlob stinkt. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Aber, Achtung! Und los geht's! Sehen wir uns die neue Welt an. Tada! Und, wir haben den Herbst eingeläutet. Na gut, hier sieht man das vielleicht noch nicht. Aber, welche Welt war das gleich? War es diese hier? Nein, ich glaube, diese hier war das gewesen. In diese müssen wir mal reingehen. Noch ist alles normal. Es scheint zumindest so. Aber ich wollte euch ja auch noch was zeigen. Das habe ich ja versprochen gehabt. Ups, ne, jetzt kann ich es euch nicht mehr zeigen. Jetzt muss ich mich erst groß machen. Aber, macht nichts, macht nichts. Das werden wir dann alles spätestens im nächsten Part zu sehen bekommen. Dadam, dam, 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 do. Joch, seht ihr das? Und die Blume ist zum Kürbis geworden. Nein, aber hier drinnen, hier drinnen können wir auch mal was zu sehen bekommen. Mal fix an der Maus rütteln. Sonst kommt der Bett schon mal schon noch. Nee, doch nicht. Da gab es ja mal eine Yoshi-Münze. Ich dachte, hier drinnen gab es einen Panzer. Aber na gut. Für mir recht sein. Und Arschrottscher. Und schade, bei denen hat sich geklappt. Beim großen Yoshi. Aber hier, seht ihr das? Das Ding, was dort liegt, das war mal früher ein Schildkrötenpanzer. Das ist jetzt quasi eine Maske. Eine Mario-Maske. Sollte es darstellen. Na gut, wenn wir schon mal dabei sind. Blub, blub. Blub, blub. Wir haben neue Gegner bekommen. Ich werde euch jetzt mal mit Start und Select in die nächste Welt geleiten. Und da werdet ihr sehen, was sich so konkret geändert hat. Da sieht man es vielleicht noch mit am besten. Schade, dass wir das hier alles grün gelassen haben. Aber seht euch das an. Alle Kuppers tragen jetzt eine Maske von Mario. Juhu. Gut, aber jetzt möchte ich euch noch das Geheimnis zeigen. Und ich würde sagen, in der nächsten Runde, ich glaube, ich habe alles abgeschlossen, was es abzuschließen gibt. Und ja, dann werden wir Bowser mal mächtig in den Hintern treten. In der nächsten Runde. Wobei, ach, wisst du was? Das kleine Geheimnis, das hebe ich mir noch für die nächste Runde auf. Und dann können wir uns auf den Weg zu Bowser machen. Wir unterschreiben nochmal die ganze Welt, die wir freigeschaltet haben. Und ich würde sagen, dann kommen wir zum absoluten Showdown. Und ich würde sagen, je nachdem, wie schnell wir Bowser besiegen, könnten wir rein theoretisch auch mal durch den Hintereingang noch gehen. Mal schauen, wie wir das zeitlich im nächsten Part alles schaffen. Also dann, ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!